Und let's go! Cam ist an, Sound ist an, passt alle. Hattet ihr einen schönen Samstag, Leute? Übrigens auch welcome back, liebe YouTuber. Wir waren ja schon überall drin, oder? Ich glaub, das ist jetzt was anderes. Geh rein. Ja, geh rein. Wir sind in der neuen Aufnahme. Wir haben eine neue Aufnahme-Session gestartet und sind uns ein bisschen verwirrt gerade. Wir sind wieder live bei Twitch unterwegs, also nicht wundern, wenn wir ab und zu mit dem Chat quatschen. Warte, da muss ich drauf, als großer. Bumm. Was ist da jetzt passiert? Ja, da passiert irgendwas. Klappt runter und dann wieder hoch. Dann müssen wir vielleicht irgendwas reinmachen. Lass mal. Ich mach da jetzt mal die Batterie rein. Oh. Andere Seite, eventuell. Nee, ich komm da noch nicht rein. Da ist zu. Wir müssen das Ding erst mit Strom versorgen. Guck mal, kannst du hier nach unten gehen? Ja. Hattet ihr einen schönen Samstag, Leute? Ah. Kommst du da irgendwie rein? Hm? Dann guck mal. Warte mal. Warte mal nicht hin. Jetzt. Warte. Warte wieder raus. Ah. Wow, Alter. Bleibt die einfach was stehen? Wir bringen das Ding mal wieder zurück. Die Frage ist, wo musst du das hier oben drauf stellen wahrscheinlich einfach, oder? Ja. Ah. Hat gestorben. Sorry. Ich dachte, ich könnte da lang. Bist du da lang gelaufen gerade? Da müsste es wieder hochlaufen können. Hä? Ich bin gerade anders. Du warst dann einfach nur lost. Ich glaube, ich war irgendwo anders. Guck mal zu mir, ob du das Ding hier abstellen kannst. Nee, da gehört es, glaube ich, nicht. Ach, guck mal hier. Ah. Alright, alright, alright. Oh. Okay. Wir können die wahrscheinlich, wir können die nicht... Doch. Was? Mal weg. Guck mal, ich kann's hier. weiterziehen. Ja, ja, genau. Aber du kannst es nicht unendlich weit ziehen. Guck. Wird irgendwann auf. Zack. Wir brauchen wahrscheinlich noch mal mindestens eins. Aber wie weit könnte man das jetzt? Das habe ich gerade schon getestet. Ah. Samstag ist wunderbar gewesen. Wetter war gut. Und ab aufs Moped. Und jetzt noch ein bisschen euch zuschauen. Passt dazu alles. Das freut mich, Michael. Hattet ihr schönes Wetter in der Schweiz? Weil bei uns war das Wetter heute nicht so gut. Dafür war es gestern richtig schön bei uns. Und morgen soll es wieder schön werden. Ja, da kann ich rein. Ab in den Tunnel. Hast du da gerade irgendwas aktiviert? Ja. Okay. Genau. Den Moment, wo ich reingelaufen bin, hat sich das angefangen zu drehen. Ja. Du siehst mich da. Guck mal. Ja. Bei dir sieht das halt ganz anders aus wie auf deinem Witzchen. Ja klar. Bei mir bist du halt so irgendwie so Ameisengröße. Na. Daneben. Hallo. Ja. Ja. Nimm lieber das Ding hier. Hallo, Hannah. Ist bewölkt und ein bisschen frisch. Am Morgen war es noch besser. Ja, aber sobald die Sonne da ist, ist es gleich richtig schön. Also selbst, wo bei uns denn heute nur kurz die Sonne da war, war es gleich richtig schön. Wir müssen das glaube ich hier auf die andere Seite machen, Schatz. Ja, ich glaube auch, aber ich gucke halt wie weit ich kann. Ich bin jetzt aktuell soweit. Guck mal, da hinten hat es nochmal eins. Guck mal mit. Guck mal mit. Alright, alright. Oh Gott. Okay, wir haben hier quasi eine Waage. Warte mal. Geh mal da drauf. Und hoch mit dir. Boah, aber gut gerettet noch. Warte, ich mach es runter, dann ist es leichter für dich. Äh, warte, warte, warte mal. Stell dich mal nochmal drauf, bitte. Hä? Achso, dann kannst du da drüben rein. Dann kann ich gehen auch rein. Ja. Und in die Rakete rein. Und tschüss. Oh, here we go. Oh, here we go. Uns geht es sehr, sehr gut, Hannah. Wir hatten zwar einen sehr stressigen Tag heute, aber... Und sind immer noch todesmüde. Aber sonst geht es uns sehr gut. Ah, guck mal. Hier ist nochmal eins. Ich kann wieder. Jo. Dann müssen wir auch jetzt bis hier drüben bauen können. Warte mal. Warte mal, vielleicht können wir die noch ein bisschen... Ich hab's. So. Müssten wir doch noch ein bisschen strecken können. Weck mal. So. 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 Jetzt musst du es oben drauf stellen können. In Gemütigkeit kann man ja was machen. Ja, wir haben uns schon ein bisschen Coffee ihnen gegönnt. nur kurz, was noch Lieutenant Twenty lastly gibt. Und der hat's jetzt auch lange gebraucht, äh... Einschwitz doch. Ich bin schon dran. Der hat auch lang gebraucht, bis er runtergekommen ist vorher. Und vor allem haben wir heute Premiere. Er schläft heute das erste Mal mit Decke. Normalerweise schläft er ja noch im Schlafsack. Aber heute probieren wir das erste Mal mit Decke. Bis jetzt klappt es ganz gut. Dein Mann fährt ja gleich bei Micha, glaube ich, Mario Kart mit, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gell? Ja, wir haben das. Wir waren gerade bei Grau drin, gell? Wir beide. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich muss gerade ja. Oh, Lesestunde. Oh. Äh, ich geh mal auf der anderen Seite hoch, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich... Ja, aber ich da einfach weiter hoch. Ja, ich bin total witzig. Hallo? Doch, doch, das geht. War schon weiter oben, wie du gerade. Ja, ich... Ich habe hier eine Rakete. Uh. Bis zur Unendlichkeit. Können wir hier machen? Ja, aber bitte. Oh Gott, im Himmel. Okay. Oh, nein, ich stütze ab. Bei dir ist, glaube ich, eh nichts oben. Du bist auf meiner Seite plötzlich. Oh, ich stehe. Und so springst du den Tod. Ja, ich wusste nicht mehr, wie ich da rauskomme. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo was einstellen kann. Wollte ich einstellen? Ja, ich habe hier irgendwie so einen Satellitenschüssel. Oh mein, hier habe ich geradeaus. Einfach nur ein Running Gag hier, oder? Ich glaube, das ist einfach nur ein Running Gag. Wiedersehen. Oh Gott. Ich komme. Ich bin hier gerade runtergefallen. Hier gerade runtergefallen. Nein, ich wollte es nur wissen. Wegen Mario Kart ist doch offen wegen der Kids. Und so richtig fresh ist er auch nicht. Auch eine kurze Nacht gehabt. Willst du mich hochkatapultieren? Ja, Achtung. Boom. Oh, 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 oh. Kannst du mal meine Stampfattacke drauf machen? Das bringt gar nichts. Dann warte mal, ich gehe mal hier rüber. Hm. Okay, du musst auf jeden Fall da... Oh ja. Aber nee, da komme ich nicht hoch. Vielleicht so. Nee, da springt er nicht richtig. Guck mal, ob du oben alleine erst mal wieder kommst. Ja, ich... Du kannst nirgends hin. Dann muss ich da vielleicht... Warte mal, warte mal. Komm mal runter nochmal. Klar, komm mal runter. Und mach du jetzt eine Stampfattacke da. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich habe dich einfach ins Ball eingeschossen. Völlig losgelöst. Da habe ich ein Trophäe sogar dafür bekommen. Der wäre mir heute fast tagsüber auf der Couch einfach so eingeschlafen. Boah, das hatte ich auch schon solche Tage, Hannah. Nochmal, Schatz. Okay, das müsste reichen. Nochmal, bitte. Nee, es reicht nicht, aber... Heißt, einmal muss ich drauf, damit es nicht so... Warte mal. Nee, ich kann in der Luft auch nicht. Okay, wenn ich klein bin, schleudert es mich ins Universum. Soll ich nochmal? Ja, probieren wir nochmal. Aber das reicht, glaube ich, einfach. Ah, warte mal. Pass auf, wir machen folgendes. Du gehst nochmal rüber. Ich schleudere dich nochmal hoch. So. Jetzt springst du von oben quasi auf der anderen Seite runter. Du machst da eine Stampfattacke. Jetzt bist du höher. Jetzt müsstest du mich höher schleudern. Beziehungsweise die Plattform ist ja auch gerade... Du musst direkt treffen. Du musst direkt treffen jetzt, genau. Ja, genau. So, jetzt kann ich groß werden und jetzt kannst du drauf. GG. So, rüber mit dir. So. Nice. Hier geht's doch weiter. Ich liebe den Wald. Oh Gott, ich bin abgestürzt. Passiert ja auch mal sowas. Ja, passiert mir auch mal. Okay, ich glaube, wir machen das wieder spiegelverkehrt quasi, wenn ich das so sehe. Ja. Mit R1, gell? Okay, warum kann ich mich da nicht festhalten? Äh. Ich konnte mich am zweiten Grad gar nicht festhalten. Ah, okay. Ich verstehe das. Ich muss hier hängen bleiben. Jetzt kannst du da ran. Und du musst jetzt zum nächsten und da hängen bleiben. Ran bleiben, bis ich da bin. Warte, jetzt muss ich weiter wieder. Okay, jetzt kannst du ran. Weil dann aktiviert sich erst der zweite quasi. Warte, ich mach grad ein bisschen komische Finger. Perfekt. Jetzt musst du wieder weiter. Und go. So mega. Hanna, freut euch drauf, wenn ihr das zusammenspielt. Wirklich. Ich weiß, ich sag das hundertmal. Boah, hast du dich grad noch gerettet? Guck, bei dir und nicht bei mir. Wo kommst denn du jetzt drauf? Ah. Musst du bei mir raus. Aber ich werd nicht müde, das zu erwähnen. Weil es einfach so viel Spaß macht. Nein. Nein. Au. Na. Abgestürzt. So. Wenn du dann da bist, kannst du den Roboter direkt aktivieren. Ich frag mich ja, wie wir immer so schnell zurückkommen dann. Ja. Wie letztlich sind wir am Eingang. Wir haben noch eins übrig. Das hier, oder? Ne, da waren wir grad drin. Jetzt ist die Frage. Ja, das hier. Das ist noch nicht beleuchtet. Wer hat dir recht? Ich bin nicht sicher, dass das eine gute Idee war. Ja. Hier waren wir noch nicht drin. Oh mein Gott. Jetzt das war ein helles Rett. Äh. Oh. Ähm. Ja. Und ich glaube, ich bin ein Clipperballer, oder? Freut mich, dass ich... Ich find's irgendwie cool, dass ich... Zwei Leute jetzt schon dazu animiert haben, sich das Spiel zu kaufen. Ich wünsche euch jetzt schon mega viel Spaß, Leute. Oh oh. Dankbar noch nicht mal. Au. Äh. Du musst mich weiter nach... Ich hab's grad noch nicht gecheckt. Du kannst jetzt erstmal... Ja. Ich bin jetzt in der Kugel drin. Halt weiter nach rechts, bitte. Ach guck mal, du kannst mit L zwei Wände einen ausschalten. Mach's mal bitte. Ja. Also... Machen wir die Wand hoch und lass mal einfach los. Wir wissen, was dann passiert. Danke. Okay. So. Kannst du den Hebel verschieben hier am Anfang? Wenn du von links rangehst. Also wenn du jetzt Dreieck und jetzt einfach mal rechts links laufst. Danke. So, dann die Wand wegmachen. Und jetzt mich losballern. Und dann muss sie aber, wenn du da bei der grünen bist, auch wieder die Wand wegmachen. Ich hab keine Ahnung, wir werden's gleich rausfinden. Ja, und ich kann jetzt hier lenken. Ja. Okay, du hast das im Griff. Wand, ja. Nice. Also hoffentlich kommt da mehr da. Voll geil. Cool. Ich find's auch so geil, dass je nachdem wie groß ich bin, ist deine Stimme verändert. Mhm. Ja. Ich glaub du brauchst den Schirm da dafür. Ja. Wow. Ah. Jetzt komm, kannst du hier wahrscheinlich. Warte mal. Kannst du den holen. Okay, ich mach den mal irgendwie so. Geh du wieder da drauf. Ich hab zwar noch keine Ahnung, was das genau bringt, aber wir werden's gleich rausfinden. Spring jetzt einfach rüber, genau. Jetzt kannst du da weiterspringen. Nee, du musst mich bewegen. Ich muss dich bewegen? Kannst du nicht springen? Ja, nein. Ich kann hier auch nicht raus. Du musst abbrechen, dann wenn ich auf der richtigen Position bin. Ah, okay. Warte mal. Also, ich würde mal schätzen, so. Ja, wirklich. Ja. Ui, ei, ei. Bin fast totgelaufen gerade. Warte dir. Was? Nee, noch wieder kannst du rüber. Habt ihr das gehört, Schatz? Meine Frau will mich umbringen. Ach, ich kann hier auch hoch. Ich könnte hoch. Wenn ich mittig springen würde wahrscheinlich. Nee, ich komme da nicht hoch. Du bist bei mir gerade gelandet. Und da... Hä? Ja, du läufst woanders wie ich. Du läufst auf der Fläche, nicht auf der anderen Fläche. Ja, aber ich komme da oben irgendwie was... Ah, okay. Weil ich bin hier nicht hoch. So. Der Oli... Ah, ich hab den Eingang hier. Du kannst weitlaufen, glaube ich. Aber wo muss ich da rüber? Du musst zum Roboter, guck mal. Bin mal darüber. Genau. Mach mal Batterien rein. Ja, ich bin ja schon da. Hey, ich stresse mich doch nicht. Aktivieren lieber mal. Nicht zu langsam, wenn du klein bist. Ich bin zu langsam, okay. Und das ist es für diesen Flügel. Ich gehe rechts rum. Ich gehe rechts rum. Er hat einen Hebel hier gesagt. Wir haben dem gar nichts getan. Wer redet nochmal mit uns? Ach, das war der Abteil. Genau, genau. Afronaut, oder wie hieß er? Ich gehe jetzt noch ein paar Lasere, wahrscheinlich. Wir können es halten. Hinten mit uns? Äh, nach oben. Halt. Hoch. Juhu. Hallo. Ich denke, ich bin in den Händen mit uns. Ähm. Kann ich dir auch irgendwas machen? Ah, okay. Kannst du dich mal bitte hier hinstellen? Da drauf stellen. Achso, du bestellst da die Hau rein. Genau, du bestellst uns beide quasi. So. Okay. Nice. Ich wusste, ich könnte das aus. Was kann man hier jetzt umstellen? Oh, oh. Wir brauchen noch eine Batterie. Hey, Benni. Schön, dass du da bist. Ah. Warte. Ich sollte die Batterie kurz einstecken. Bist du denn jetzt fit, Benni, im Gegensatz zu heute Morgen? Äh, jetzt kannst du auf den Schalter reingehen. Genau. Weil ich muss die Batterie erhalten. Okay. Oh. Mittlerweile ja, muss aber auch arbeiten. Ah, stimmt. Du armer. Wie lange musst du heute, Benni? Bis um zehn. Wow. Okay. Okay. So, äh, this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, yeah. Still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. Imagine, man hätte wirklich so Statistiken über sein Kind. Weiß nicht, ob man das will. Nee, das will man, glaub ich, nicht. What about her, uh, her Worry, huh? What? Echt, ist so wenig los, Benni? Auch irgendwie ätzend, wenn's so wenig los ist auf Arbeit. Ja, dann geht die Zeit nicht. Let's just get out of this, this creepy place. Hey, 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 how about, uh, how about, maybe we can, uh, beam ourselves back to Rose from here. No, careful. Oh, oh. Boom. Yeah, boom, it's working. Doesn't sound like it. Traitors of evil. Oh, oh, Bosskampf. Let's go. Warte mal, ich kann mich ja rot machen. Oh, 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 hey. Ähm. Schatz? Schub grad, ja, ich, ich versuch grad rausbefinden, wie's funktioniert. Hier hat's nen Knopf. Oh, warte mal. Wie soll ich das schaffen? Oh, 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 oh. Guck mal, wie schnell der mir hinterher kommt. Ja, du machst das doch gut. Ähm, kannst du mal zu mir versuchen zu kommen, da ist irgendwas drin. Ah, nee, nee, der muss da drauf schießen, wo ich stehe. Rechts, 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 rechts. Ja, 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 ja. Genau, und da quasi hinter die Säule laufen. Ja, perfekt. Perfekt. Ey, ich hab ja kaum die Chance. Juhu. Äh, behalte mal deine Bomben für dich, Kumpel. Nein. Gestorben. Im Strahl gelandet. Alles easy, alles easy. Ja, sei schreckt. Oh, 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 jetzt sagt er mich. Jetzt müssen wir uns umdrehen quasi, jetzt musst du jetzt machen. Was? Irgendwo so eine blaue Kugel oder so ein blauer Knopf auf dem Boden. Und da musst du quasi draufstehen. Einfach draufstehen, nicht springen, einfach nur draufstehen. Hilf mich hier! Ja, hab's. Achtung, sei springen. Warum laufe ich eigentlich? Häpf. Nein. Oh, deswegen laufe ich. Fang mich doch. Daneben. Jetzt schießt er wahrscheinlich wieder auf dich, nehme ich an. Wo hat's den nächsten Knopf? Da. Ich laufe einfach im Kreis, irgendwann komme ich mit. Äh, laufe ganz am Rand, laufe ganz am Rand. Relativ weit hinten, diesmal. Ähm. Oh, ähm. Ja, ihr habt's verkehrt. Warte mal. Bin ich zu hoch. Ich muss hoch, irgendwie. Ich muss dem Timing richtig passen. Ah. Ich weiß ja, ich darf nicht, ich kann da hoch. Ich hab's gar nicht checkt, wie ich da auf die richtige Höhe fahre. Er schiefe wieder auf dich. Ja, warte, ich darf nicht. Beim runterfahren wahrscheinlich. Wenn ich jetzt runtergehe. Ich kann da hinten hoch. Ach, da musst du hoch. Okay. Okay, und los. Und, ja. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Wieder runter? Ja, bisschen nach rechts. Mittig quasi, du musst nur mittig sein. Beim Ding. Okay, 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 nochmal. Nee, du hast getroffen. Ah, ich hab's getroffen. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast noch getroffen. Ich hab's gerade nicht ganz geblückt. Oh ja, was darf ich jetzt machen? Wie ich jetzt friske hier. Ah, du musst da noch was machen, ja. Oh yeah. Oh, weg da. Danke, Hannah. Ja, komm her. Autsch. Ich bin gestorben. Warte mal. Ah, okay. Man kann da drauf, aber irgendwie ist sie dann unter meinem Arsch. Oh, aua. Jetzt ist sie ausgegangen. Ah, man lenkt die. Komm her. Okay, ich sterb gerade in einer Ruhe. Äh, die Steuerung ist da bei dir wahrscheinlich invertiert. Also, du musst da ein bisschen testen ja zum Anfang. So, meine Rakete ist wieder ready. Hiha. Komm her, Awe. Kein Problem, das kann ich zum Glück ja auch machen. Oh, nicht zusammenlaufen. Lande schon. Danke. Das steuert sich nicht so leicht. Ich steuere mich beim Feuer. Ja, das steuert sich aber auch nicht so leicht. Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so blöde sein? Ich finde es geil, dass du halt direkt explodierst, wenn du los bist. Ja, weil ich drück nach... Oh, aua. Ich drück nach vorne. Ja, genau deswegen sage ich, die Steuerung ist invertiert. Du musst nach unten drücken. Ja, das kriege ich nicht hin. Dann denke ich jetzt einfach bei der nächsten Rakete. Ich drück erst mal nach unten. Ne, eben nicht. Ich muss nach oben drücken. Ne, nach unten, stimmt. Ah, jetzt habe ich auch verkackt mal. Oh, ich muss da rein. Ich muss da rein. Okay, was muss ich jetzt genau machen hier drin? Eject. Oh, dein Bild ist schon mal klein. Notausstieg. Oh, baboon. Stopp! Du erinnerst mich? Es ist weg. Oh, oh, oh. Oh, knapp. Oh, oh, es ist so schnell ich kann. Mich nervt nur, dass mein Bild so klein ist. Was soll die Kacke? Weil ich gerade einfach mehr sehen muss. Du musst nur abhauen. Ich will nicht, dass du mehr siehst. Was soll das? Ich bin gleich schon da. Ich bin gleich schon da. Alter, guck mal, ich bin gerade unter seinen Fuß. Bitter an. Ich sehe es nicht mehr. Au. Ui. Guck mal, wo ich jetzt noch springen kann. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Guck halt mal bei mir. Geil, sieht doch geil aus. Ich check's langsam nicht mehr. Und wenn er dann noch in meinem Bild ist, dann check ich gar nicht. Oh mein Gott, was geht denn hier jetzt ab? Okay, go. Ah, okay. Das habe ich natürlich nicht wissen können vorher. Ne, nochmal warten. Oh. Okay, ich habe langsam ein Problem. Ja, ich habe schon Zielflaggen hier. Let's go. Ich fühle das los. Ich bin der automatische Wusselig. Ja, und Hannah, bei meiner Frau möchte ich dir jetzt nochmal mal 500 vorstellen, weil die ja solche Stresssituationen beim Gaming nicht gewohnt ist. Deswegen ist die gleich so. Ich glaube, man sieht es mir auch an. Warum vertraust du mir nicht? Panik-Button Level 9000. Auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Was können wir jetzt noch machen? Okay, ich bin... Aber was, aber was kann ich denn schießen? Nach unten. Aber was müssen wir abschießen? Oh, meine UFO-Driving-Skills nicht gut genug für dich. Guck mal, da steht eine 2 drauf. Guck mal, ob du irgendwo eine 1 findest. Ich will ihn finden. Ich will ihn schießen. Ich weiß natürlich nicht, wo wir drauf schießen müssen. Ich glaube, das war gut. Das ist auch noch drin. Keine Ahnung. Rechts, 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 rechts. Stopp. Okay. Nee, du machst keine seltsamen Gesichter, nur fokussiert. Ach gut. Guck mal, da ist eine 4. Ich mach einfach mal alles kaputt hier. Ich hab noch nicht den Sinn verstanden, dass ich töten soll. Da ist... Nee. Ich dachte, ich dachte, hier ist sie doch. Äh. Einfach. Was ist denn hier mit der Flagge eigentlich von dem Affe? Lieg mal immer den Flagge... Ah, guck mal, da läuft er doch. Links, 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 links. Hab ihn getroffen. Nach rechts, nach rechts. Ein paar mehr Schiffe sollten das machen. Guck mal, ich hab auch einen Kompass. Ich muss nach rechts, quasi. Jetzt geradeaus, geradeaus. Jetzt hab ich's kapiert. Ich hab rechts einen Pfeil, guck mal. Ja, genau. Geradeaus, ja. Da kommt er irgendwo. Einmal müssen wir noch treffen. Ja, jetzt check ich den Radar. Ich hab rechts bei mir einen Radar mit einem Pfeil. Das kann halt erst nicht auf den Radar. Ja, ja. Immer weiter geradeaus. Bisschen nach links. Jetzt kommt er schon... Halt. Hab ihn. Moombaboon. How do we get back to Rose? Ich kann's let you harm her. Ich bin ihr beste Freund. Hallo, sie hat nicht mit dir gespielt. Ich bin ein paar Jahre alt. Okay? Du hast sie monitoriert. Ich sage Rose, dass, was immer passiert, ich werde immer ihr besten Freund sein! Oh, sie ist dort! Rose! Sweetie! Darling! This might look strange, but it's us! It's Mom and Dad! Rose! We need your help! Die sieht sie gar nicht! Es ist uns! Sie kann uns nicht sehen! Sweetie! Wir müssen sprechen! Ich habe keine Teile, um den Spell zu verbrechen! Darling! Sie kann uns nicht even fühlen! Was werden wir tun? Oh! Oh! Warte! Warte! Hm! Hm! Did you just see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention! Yes! That's perfect! Right! Let's... Let's destroy something Rose loves to make her cry! I'm the elephant! Rose loves her elephant! It's her best friend! We destroy the elephant! We make Rose cry! Oh my God, Mae! That is a great idea! I thought... ...Cry a river! Yes! Boom! All right! Now we just gotta... Well, we just gotta get through her toys! Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room! Well, at least they didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed! Oh, shut your clay face! Woo! Oh! 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 My nose is itching! Yeah, that's the dust! You must remember to clean under her bed! Achoo! It's some turd! Yeah! Noted! Haha! So now I gotta say goodbye! Bye! 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 Bye!